so ich fahr dann auch mal los irgendwie traurig aber ich höre gerade nötiger und der spricht nicht sicher du erzählst ja gar nichts äh ja ich Update machen ah ok immer noch wie lange braucht er noch was zeigt er an 4 Minuten ok wird er auch gern mitspielen ja weil er ja eben das Update liegt doch bei ihm nicht man hat es doch gesehen schade er nicht Tor in der Schillingallee dann pass auf wie lange bleibst du noch ist schon relativ spät so ein perfekter Mensch braucht halt auch mal seine Ruhe ne genau Tor vom Gegner in der Ruhe liegt die Kraft im Tinger liegt die Kraft so laut wie wenn du die hören würdest ey wieso sind die so laut brauchst du doch wieder ein Gegentor jetzt wurde es jetzt wurde noch beleidigt ok jetzt wird hier ein bisschen rumgeschrieben jetzt wird hier gesagt dass es sich cute anhört von wem dann wird jemand ist explodiert aber wie kleine Puppen was ich habe glaube ich was falsch ist verstanden ich habe Puppen was hast du gesagt Puppen ich habe was anderes tut ja ce der felix angeschrieben gelte schreibt ihn das war fast ein eigentor und trotzdem habe ich das ding befreit juhu man ist ja ich kann aber nicht mehr lang naja egal ob es wird eskaliert ja weil das ganz knapp war ich habe noch eine minute ladezeit vor allem geht er das richtig los das ist bloß aufwärmrunde jetzt wollen sie wollen sich nicht entschuldigen ich weiß finden wir eine gemeinsame lösung besetzt uns jetzt alle in einen kreis die für beide einen vorteil bringt wir finden jetzt eine lösung nimm cookie und er hat sich an mir nicht mehr zu ich höre dir zu die schreien einfach er hätte er hätte er hätte ich hab den ball getroffenen mit mir wir sind so in ihrem kampf ich sehe gar keinen kampf noch mal getroffen und das geladen du hast die schule dass er kommt die hier haben schuhe die schuhe und er hat die ich muss erst sammeln bevor ich mir das nächste rüstungsteil holen kann ich habe die tiger boots auf den rüstungsständer gestellt aber die schuhe die nehme ich als standard schuhe die er wegen dem fehler fall oder wie im jahr wegen der strade wasserläufer hat man wieder drauf und jeder hat richtig viel und irgendwie an breaking fünf oder zehn oder so meistens macht pappi jahr 10 auf ich bin jetzt im rocket league drin ne ja eine minute dreißig haben wir noch sehr gut kann sich schon mal inventar mäßig vorbereiten ich hab die gegner gerannt auch man es ist so unnötig ich hab morgen vier stunden und zwei davon habe ich vertreten ich werde da ist die pizza für solatisch was bitte ich muss hin dann muss ich da sein morgen das könnte knapp werden wenn ich jetzt los gehen hier nach und knapp hier mit an der pizzerie in münster das verdammt knapp muss ich doch ein privatheli kaufen sein da wohne ich nicht muss ich doch ein privatheli angeregt von mir mal schnell rüber ist ganz wichtig ist notfall präsident hängt davon ab oder sowas dann fährt er mich bestimmt wie weit ist das abgeprallt an mir doofer ball oha so weit seid ihr gar nicht von meinen ferngelten bei kontakt oh mein gott ihr seid bestimmt nachbarn genau nachbarn lustig weil so lange ich nur mich hört und immer nur so den halben teil mitbekommt das ist irgendwie lustig das ist irgendwie lustig aaaah neeein so schön zu ab bitte nicht um meinen aaaah nur morgen und beendet es wird bestimmt besser ja vier schneeflockenpunkte jetzt habe ich zwei und vierzig schneeflocken jetzt habe ich zweiundvierzig 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 schneeflocken